Edward Bernays' Propaganda bietet eine nachdenkliche Erkundung der Methoden und Prinzipien, die hinter der Beeinflussung der öffentlichen Meinung stehen. Das Buch, das 1928 veröffentlicht wurde, beleuchtet die von Regierungen, Unternehmen und Organisationen angewandten Strategien, um die Massen zu formen. Bernays, oft als Vater der Public Relations angesehen, vertieft sich in der Psychologie der Manipulation und Kontrolle in diesem wegweisenden Werk. Die Definition von Propaganda Propaganda, wie von Bernays dargelegt, beinhaltet eine absichtliche und clevere Kontrolle über die etablierten Routinen und Standpunkte der allgemeinen Bevölkerung. Sie ist an sich nicht schlecht, die vielmehr dient sie als Methode, Informationen zu teilen und die öffentlichen Gefühle absichtlich zu beeinflussen. Diese klare Definition legt den Grundstein für eine gründliche Untersuchung der Prozesse, die bei der Formung der öffentlichen Meinung eine Rolle spielen. Bernays deutet darauf hin, dass organisierte Gewohnheiten und Meinungen in einer Weise gelenkt werden können, die mit spezifischen Zielen übereinstimmt. Diese Perspektive ermutigt uns, zu untersuchen, wie Informationen verbreitet und konsumiert werden, und beleuchtet die bewussten Strategien, die eingesetzt werden, um gesellschaftliche Überzeugungen zu formen. Indem wir die Feinheiten der Propaganda verstehen, gewinnen wir Einblick in die Mechanismen, die unsere kollektive Denkweise beeinflussen, und fördern ein kritisches Bewusstsein für die Einflüsse in unserer informationsgesteuerten Gesellschaft. Die Rolle der Propaganda in der Gesellschaft Bernays behauptet, dass Propaganda in demokratischen Gesellschaften wichtig ist, da sie eine Möglichkeit bietet, Ideen und Informationen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Er argumentiert, dass ohne Propaganda die Feinheiten des modernen Lebens zu viel wären und Einzelpersonen daran hindern würden, informierte Entscheidungen zu treffen. Im Wesentlichen fungiert Propaganda als wichtiges Werkzeug bei der Bewältigung des Informationsflusses innerhalb einer Gesellschaft. Sie hilft komplexe Angelegenheiten zu vereinfachen, indem sie es den Menschen ermöglicht, wesentliche Informationen zu erfassen, die für Entscheidungen wichtig sind. Indem sie einen vereinfachten Kommunikationskanal bietet, hilft Propaganda, die Komplexitäten des modernen Lebens zu bewältigen. Bernays schlägt vor, dass sie ein notwendiges Mittel ist, um Informationsüberlastung zu verhindern und Einzelpersonen zu ermöglichen, informiert und engagiert am demokratischen Prozess teilzunehmen. Auf diese Weise wird Propaganda, wie von Bernays beschrieben, zu einem integralen Bestandteil des gesellschaftlichen Funktionierens, indem sie die Verbreitung von Informationen auf eine Weise erleichtert. Die informierte Entscheidungsfindung unterstützt. Die Technik der Einwilligung. Im Zentrum von Bernays Philosophie steht die Vorstellung der Technik der Einwilligung. Er schlägt vor, dass in einem demokratischen System Führer die Zustimmung der Menschen benötigen und diese Zustimmung durch sorgfältige Kommunikation hergestellt werden kann. Bernays bringt es klar auf den Punkt und sagt, dass es durch das Verständnis, wie Gruppen denken und was sie antreibt, möglich wird, die Massen zu lenken und zu organisieren, wie es gewünscht wird, ohne dass sie es bemerken. Diese Idee unterstreicht die Macht der strategischen Kommunikation bei der Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Im Wesentlichen behauptet Bernays, dass durch ein tiefes Verständnis der Gruppenpsychologie Führer kollektive Einstellungen und Verhaltensweisen formen können. Das Konzept der Einwilligungstechnik impliziert einen bewussten Versuch, die öffentliche Meinung in eine bestimmte Richtung zu lenken und hebt die einflussreiche Rolle der Kommunikation bei der Gestaltung der Entscheidungen und Wahrnehmungen einer demokratischen Gesellschaft hervor. Auf diese Weise fordert Bernays dazu auf, über die Feinheiten bei der Gewinnung öffentlicher Zustimmung nachzudenken und die potenziellen Auswirkungen auf die gesellschaftliche Dynamik zu beachten. Psychologische Manipulation Bei der Untersuchung der psychologischen Dimensionen der Propaganda erkennt Bernays die Auswirkungen von Emotionen auf die Gestaltung der öffentlichen Meinung an. Er betont, dass die gezielte Manipulation der etablierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen in einer demokratischen Gesellschaft Bedeutung hat. Laut Bernays bilden diejenigen, die diesen verborgenen gesellschaftlichen Mechanismus navigieren, im Wesentlichen eine nicht wahrnehmbare Regierungsmacht. Seine Beobachtung wirft Licht auf die psychologische Manipulation, die im Bereich des öffentlichen Diskurses stattfindet. Indem er den Einfluss von Emotionen auf die Gestaltung kollektiver Überzeugungen anerkennt, fordert Bernays dazu auf, darüber nachzudenken, wie subtile, aber absichtliche Bemühungen die öffentlichen Stimmungen beeinflussen können. Im Wesentlichen enthüllt er die Existenz einer unsichtbaren Autorität, die durch die psychologische Manipulation gesellschaftlich Elemente wirkt. Diese Perspektive lädt zur Betrachtung der ethischen Dimensionen der Beeinflussung öffentlicher Wahrnehmungen ein und betont die Bedeutung des Verständnisses der psychologischen Grundlagen, die in die Dynamik einer demokratischen Gesellschaft involviert sind. Die Verwendung von Experten und Autoritäten Bernays betont durchgehend die Abhängigkeit von Experten und Autoritäten als ein vorherrschendes Thema in Propaganda. Seiner Meinung nach dient die Einbeziehung glaubwürdiger Persönlichkeiten in Werbung und Öffentlichkeitsarbeit dazu, den Botschaften Legitimität zu verleihen. Er stellt klar, dass die Meinungen und Urteile von Experten einen entscheidenden Vorbehalt haben, sie haben nur dann Wert, wenn sie durch realweltliche Erfahrungen überprüfbar sind. Im Wesentlichen unterstreicht Bernays die Bedeutung der Gewährleistung, dass sich Expertenmeinungen mit praktischen Ergebnissen decken. Diese Perspektive betont einen pragmatischen Ansatz zur Nutzung von Autoritäten bei der Gestaltung der öffentlichen Wahrnehmung und erkennt die Notwendigkeit von Rechenschaftspflicht und Überprüfbarkeit an. Durch die Verknüpfung von Fachwissen mit dem praktischen Test realer Lebenssituationen führt Bernays eine Ebene der Überprüfung ein, die zu einer kritischeren Bewertung der von Autoritäten verbreiteten Informationen anregt. Letztlich plädiert er für eine ausgewogene Abhängigkeit von Experten und betont die Bedeutung, ihre Meinungen auf greifbaren, erfahrungsbasierten Beweisen zu gründen. Die Medien als Propaganda-Instrument Bernays unterstreicht die bedeutende Rolle der Medien als ein wirksames Instrument der Propaganda. Er erläutert, wie verschiedene Formen der Medien, einschließlich Nachrichten, Unterhaltung und Werbung, entscheidende Rollen bei der Beeinflussung und Formung der öffentlichen Meinung spielen. Seine Behauptung ist klar, der Public Relations Berater fungiert als Vermittler und nutzt zeitgenössische Kommunikationskanäle und gesellschaftliche Gruppierungen, um Ideen ins öffentliche Bewusstsein einzuführen. Diese Erkenntnis wirft ein Licht auf den weitreichenden Einfluss der Medien auf die Gestaltung kollektiver Wahrnehmungen und Einstellungen. Berater schlägt vor, dass durch strategische Kommunikationsmethoden Ideen gezielt im Gedächtnis der Öffentlichkeit verankert werden können, was zur allgemeinen Meinungsbildung beiträgt. Diese Perspektive regt zur Reflexion über die umfassende Reichweite und den Einfluss an, den die Medien in der zeitgenössischen Gesellschaft besitzen und betont die vernetzte Beziehung zwischen der Öffentlichkeit, den Medien und der Verbreitung von Ideen. Im Wesentlichen lenkt Bernais Aufmerksamkeit auf das dynamische Zusammenspiel zwischen Information, Medienkanälen und dem kollektiven Bewusstsein der Öffentlichkeit. Die Schaffung öffentlicher Meinung Bernais erweitert den Begriff des Engineering Consent und untersucht die absichtliche Konstruktion öffentlicher Meinung. Er behauptet, dass öffentliche Meinung kein zufälliges Ereignis ist, sondern durch absichtliche und systematische Bestrebungen geformt werden kann. Bernais stellt fest, dass der Gruppengeist anders funktioniert als individuelles Denken und sich auf Impuls, Gewohnheiten und Emotionen statt strukturiertes Denken stürzt. Diese Beobachtung unterstreicht die inszenierte Natur der Beeinflussung kollektiver Gefühle und betont die berechneten Methoden, die bei der Formung der öffentlichen Meinung zur Erreichung spezifischer Ziele angewendet werden. Im Wesentlichen fordert Bernais Perspektive ein tieferes Verständnis der Mechanismen, die bei der Gestaltung gesellschaftlicher Einstellungen eine Rolle spielen, und betont den strategischen Ansatz, der erforderlich ist, um die öffentliche Meinung in eine gewünschte Richtung zu lenken.Propaganda in Krisenzeiten. Bernais geht auf die Bedeutung von Propaganda in Krisenzeiten ein und betont ihre entscheidende Rolle für die Aufrechterhaltung der Stabilität. Er stellt fest, dass eine systematische Untersuchung der Massenpsychologie die Möglichkeiten einer unsichtbaren gesellschaftlichen Lenkung durch die Manipulation kollektiver Motive aufzeigt. Im Wesentlichen unterstreicht seine Perspektive den gezielten Einsatz von Propaganda als Instrument zur Steuerung der öffentlichen Stimmung in schwierigen Zeiten. Bernais schlägt vor, dass das Verständnis der psychologischen Aspekte von Gruppen einen strategischen Ansatz ermöglicht, um die Gesellschaft durch die sorgfältige Manipulation gemeinsamer Motivationen zu beeinflussen und zu stabilisieren. Diese Erkenntnis wirft Licht auf die pragmatische Anwendung von Propaganda in Krisensituationen und betont ihre potenzielle Auswirkung auf die gesellschaftliche Zusammengehörigkeit und die Aufrechterhaltung der Ordnung. Ethik Bernais, der den Einfluss von Propaganda anerkennt, richtet seine Aufmerksamkeit auf ethische Überlegungen bei ihrer Anwendung. Er betont die Verantwortung derjenigen, die Propaganda einsetzen, und drängt sie, ihre Fähigkeiten für die gesellschaftliche Verbesserung einzusetzen, anstatt persönliche Vorteile oder schädliche Ziele zu verfolgen. Seiner Meinung nach muss ein Berater für Öffentlichkeitsarbeit eine juristische Denkweise verkörpern und sich ständig der sozialen Auswirkungen einer Situation bewusst sein. Diese Perspektive legt einen ethischen Maßstab für Praktiker fest und betont die Notwendigkeit eines gewissenhaften Ansatzes bei der Verwendung von Propaganda. Bernais Standpunkt unterstreicht die potenzielle Auswirkung von Propaganda auf das gesellschaftliche Wohlergehen und betont die Bedeutung, dass Praktiker ihre Rollen mit einem Gefühl der Verantwortung für den breiteren sozialen Kontext ausfüllen. Es regt eine Reflexion über die ethischen Dimensionen an, die im strategischen Formen der öffentlichen Meinung inhärent sind, und befürwortet eine verantwortungsvolle und sozialbewusste Anwendung von Propagandatechniken. Zusammenfassend bietet Edward Bernais Propaganda eine umfassende Erkundung der Strategien und Prinzipien hinter der Formung der öffentlichen Meinung. Von der Definition von Propaganda bis zur Analyse der Manipulationspsychologie bietet Bernais wertvolle Einblicke in die Mechanismen, die moderne Gesellschaften regieren. Obwohl er die Macht der Propaganda anerkennt, betont er auch die ethische Verantwortung, die mit dem Einsatz dieses einflussreichen Instruments einhergeht. Ob man Bernais Perspektive zustimmt oder nicht, Propaganda bleibt ein grundlegender Text für das Verständnis der Dynamik der Massenkommunikation und Überzeugung im 20. Jahrhundert. Untertitelung des ZDF, 2020